Wir laden herzlich ein zu unserem Festtagskonzert zum Internationalen Frauentag 2024 in der Elisabethkirche in Berlin-Mitte. Das Programm heißt Auf Augenhöhe und soll eigentlich zeigen, wie sehr weibliche Komponistinnen gerade im 17. Jahrhundert zu wenig in der heutigen Zeit bekannt sind. Es ist eine sehr direkte Musik, die, wie ich finde, sofort zu Herzen geht. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, die Werke von Margherita Cozzolani näher kennenzulernen. Das Spannende ist an unseren beiden Komponistinnen, dass sie sich gegen die traditionelle Rolle als Frau entschieden haben. Und gerade ein Ort, den wir heute vielleicht nicht mehr mit Freiheit verbinden würden, das Kloster, ihnen die Möglichkeit gegeben hat, künstlerisch so wunderbar tätig zu sein. Amen. 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 Vielen Dank.